Wenn du Kleinunternehmer bist, dann gibt es jetzt ein paar Dinge, die du wissen solltest. Denn vor wenigen Tagen wurde der Referentenentwurf des Jahressteuergesetzes 2024 veröffentlicht. Das ist, um es mal einfach zu sagen, der Entwurf für die steuerlichen Änderungen, die wir ab dem 1. Januar 2025 erwarten können. Das ganze Gesetz ist noch nicht final, aber es ist schon mal der Entwurf und wir wissen schon mal, in welche Richtung es gehen wird. Und da stehen einige Dinge drin, die für Kleinunternehmer sehr, sehr relevant sind. Und diese Punkte schauen wir uns jetzt mal ganz im Detail an. Ich möchte aber tatsächlich einsteigen mit einem Thema, das steht nicht in diesem Jahressteuergesetz 2024, sondern wurde bereits im Wachstumschancengesetz im März 2024 verabschiedet. Das hat sich aber einfach noch nicht so rumgesprochen, deswegen möchte ich es hier noch einmal aufgreifen. Und zwar musst du als Kleinunternehmer oder musstest du als Kleinunternehmer immer einmal im Jahr eine Umsatzsteuerjahreserklärung machen. Es stimmt absolut, dass du als Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer ausweist auf deinen Rechnungen, du machst keine Vorsteuer geltend und du machst auch keine, ja, regelmäßigen Umsatzsteuervoranmeldungen. Aber du musstest immer einmal im Jahr eine Umsatzsteuerjahreserklärung abgeben. Das ergibt zugegebenermaßen nicht so richtig viel Sinn und das hat der Gesetzgeber auch erkannt und deswegen wurde diese Pflicht abgeschafft. Das heißt, wenn du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst, dann ist die letzte Umsatzsteuererklärung, die du machen musst, die Umsatzsteuererklärung für das Jahr 2023. Und ab dem Jahr 2024 musst du dann halt keine Umsatzsteuererklärung mehr machen. Das heißt, diese Verpflichtung wurde abgeschafft. Und damit kommen wir zu den Punkten, die in dem Referentenentwurf des Jahressteuergesetzes drinstehen. Die erste wichtige Änderung sind die Umsatzgrenzen. Aktuell sieht es ja so aus, dass du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen kannst, wenn du im letzten, also im vorangegangenen Kalenderjahr unter 22.000 Euro Umsatz gemacht hast und im laufenden Jahr voraussichtlich unter 50.000 Euro Umsatz machst. Das heißt, die Umsatzgrenzen waren 22.000 im Vorjahr und 50.000 im laufenden Jahr. Und die werden angehoben ab dem 1. Januar 2025 auf 25.000 Euro Umsatz im Vorjahr und 100.000 Euro im laufenden Jahr. Aber das ist nicht die einzige Änderung, denn das laufende Jahr berechnet sich anders. In der Vergangenheit war das immer ein voraussichtlicher Umsatz. Das heißt, du hast dir am Anfang eines Jahres darüber Gedanken gemacht, wie viel Umsatz du denn tatsächlich machst. Und wenn du dann gesagt hast, naja, voraussichtlich mache ich unter 50.000 Euro Umsatz, dann warst du das gesamte Kalenderjahr noch Kleinunternehmer und bist dann erst zum nächsten Januar aus der Kleinunternehmerregelung rausgefallen. Das heißt, da gab es keinen unterjährigen Wechsel und das ändert sich jetzt. Das heißt, die Grenze wird ja verdoppelt von 50.000 Euro auf 100.000 Euro, aber dafür ist es wirklich eine harte Grenze. Das heißt, du kannst als Kleinunternehmer im laufenden Jahr 100.000 Euro Umsatz machen und wenn du dann mehr Umsatz machst, also beispielsweise irgendwann im November schreibst du eine Rechnung und mit dieser Rechnung überschreitest du diese 100.000 Euro, dann bist du ab diesem Zeitpunkt sofort kein Kleinunternehmer mehr. Das heißt, da gibt es nichts mehr mit voraussichtlich und das läuft jetzt noch bis Jahresende, sondern das ist eine harte Grenze und sobald du diese 100.000 Euro im laufenden Jahr überschreitest, bist du automatisch raus aus der Kleinunternehmerregelung und musst Umsatzsteuer ausweisen und sie dann natürlich entsprechend auch abführen. Neben diesen Neuregelungen von diesen Umsatzgrenzen gibt es noch eine zweite große Baustelle und diese Baustelle würde ich mal Internationalisierung nennen. Denn die Kleinunternehmerregelung in Deutschland durfte nur Unternehmen in Anspruch nehmen, die in Deutschland auch ihren Sitz haben. Das heißt, wenn du Selbstständiger bist, der in Österreich arbeitet, aber in erster Linie in Deutschland die Umsätze macht, dann konntest du diese Kleinunternehmerregelung nicht in Anspruch nehmen, weil das vorbehalten war den deutschen Selbstständigen. Und das gleiche gilt natürlich auch andersrum. Du als deutscher Selbstständiger konntest keine Kleinunternehmerregelungen in anderen Ländern in Anspruch nehmen, auch wenn es da diese Regelungen gab. Das heißt, diese ganze Regelung rund um die Kleinunternehmerregelung, die bezog sich immer nur auf ein Land und dann galt die auch immer nur für die vor Ort ansässigen Kleinunternehmen. Und wie man sich fast vorstellen kann, das mag die EU nicht. Die EU mag sowieso solche Regelungen nicht, die immer nur nationale Selbstständige oder Unternehmen bevorzugen. Die EU möchte gleiches Recht für alle innerhalb der EU. Und deswegen wird die Kleinunternehmerregelung internationalisiert. Das bedeutet, dass auch Kleinunternehmen aus anderen EU-Ländern in Deutschland die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen können. Das wird dir in Deutschland wahrscheinlich ziemlich egal sein. Was für dich relevanter ist, ist die andere Seite. Die andere Seite bedeutet nämlich, du kannst als deutscher Unternehmer in anderen EU-Ländern die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Denn es kann ja durchaus sein, dass du Umsätze machst, die in Deutschland gar nicht steuerpflichtig sind, sondern die in anderen EU-Ländern steuerpflichtig sind. Um dir mal so ein Beispiel zu geben, du verkaufst Online-Kurse und verkaufst Online-Kurse an Endverbraucher, zum Beispiel in Österreich. Und dann gibt es da eine Bagatellgrenze von 10.000 Euro. Aber wenn du über 10.000 Euro Umsatz machst, dann musst du tatsächlich österreichische Umsatzsteuer ausweisen und die dann auch abfüllen. Und das ist als deutscher Unternehmer natürlich super kompliziert. Bei Österreich geht es vielleicht noch, weil sie die gleiche Sprache sprechen. Aber was ist, wenn wir über Dänemark, Frankreich, Spanien, Polen usw. sprechen? Du wirst ja wahrscheinlich die vor Ort Regelungen gar nicht verstehen können, weil du diese Sprache gar nicht sprichst. Das heißt, es ist relativ schwierig, als Kleinunternehmer internationale Geschäfte zu machen. Das Ganze kommt aber immer wieder vor und führt dann dazu, dass du fremde Umsatzsteuer ausweisen musst. Und jetzt kannst du, oder nicht jetzt, ab dem 1. Januar 2025, kannst du in den Ländern tatsächlich auch eine Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Und zwar kannst du die Kleinunternehmerregelung in den anderen EU-Ländern in Anspruch nehmen, wenn dein Umsatz in EU-Ländern unter 100.000 Euro pro Jahr liegt. Das heißt, da gibt es eine Grenze, die beträgt 100.000 Euro. Und wenn du unter 100.000 Euro Umsatz in den anderen EU-Ländern machst, dann kannst du einfach die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Und dann musst du einfach gar keine Umsatzsteuer ausweisen auf deine Rechnung für zum Beispiel Online-Kurse oder auch natürlich alle anderen Umsätze, die dann jeweils in dem anderen Land steuerpflichtig sind. Und das ist meiner Meinung nach eine fantastische Regelung. Das Problem natürlich, sowas muss irgendwie kontrolliert werden. Das heißt, da werden jetzt einige Meldesysteme eingeführt. Du kannst als Kleinunternehmer eine sogenannte Kleinunternehmer-Identifikationsnummer beantragen und musst dann deine Umsätze melden an das Bundeszentralamt für Steuern in Deutschland, damit das abgeglichen werden kann, dass du in diesen anderen Ländern tatsächlich dann auch unter diesen Grenzen bist. Das heißt, es ist eine Vereinfachung, aber es ist natürlich dann auch wieder verbunden mit zusätzlichen Nummern und Kontrollen und einfach Bürokratie. Aber grundsätzlich finde ich die, ich würde mal sagen, die Internationalisierung der Kleinunternehmer-Regelung eine gute Sache. Und man sollte in diesem Kontext auch nie vergessen, die Kleinunternehmer-Regelung ist freiwillig. Auch in Zukunft ist sie freiwillig. Das heißt, wenn du damit nichts zu tun haben willst, dann musst du das auch nicht machen. Du kannst ganz normal Regelbesteuerung wählen und einfach Umsatzsteuer auf deinen Rechnungen ausweisen. Das heißt, die Kleinunternehmer-Regelung ist grundsätzlich ja eine freiwillige Sache. Und das war es auch mit den aktuell geplanten Regelungen. Ich möchte hier an dieser Stelle aber nochmal ausdrücklich sagen, das Ganze ist noch in Arbeit. Das heißt, dieses Gesetz ist jetzt noch in Arbeit. Das ist noch nicht final beschlossen. Das ist jetzt der Referentenentwurf. Da werden sich jetzt noch diverse Politiker gegenseitig die Köpfe einhauen und sich auf irgendeinen Kompromiss einigen. Man sieht hier allerdings schon ganz klar eine Marschrichtung. Und da diese Richtung und diese Regelungen sehr getrieben sind durch EU-Regelungen, kann man davon ausgehen, dass diese Regelungen auch nicht mehr in den Grundfesten diskutiert werden. Das heißt, ab dem 1. Januar 2025 wird es einige Änderungen geben. Und das ist auch heute für dich schon relevant. Denn wenn du in diesem Jahr jetzt zum Beispiel 25.000 Euro Umsatz machst als Kleinunternehmer, dann weißt du jetzt schon, nach der alten Regelung wärst du dann im nächsten Jahr kein Kleinunternehmer mehr. Aber wenn dieses Gesetz jetzt so kommt, dann kannst du in Zukunft trotzdem noch Kleinunternehmer sein, weil du nach den neuen Grenzen immer noch unter der Kleinunternehmergrenze bist. Wenn du bei solchen gesetzlichen Änderungen immer auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann würde ich dir dringend empfehlen, diesen Kanal zu abonnieren. Denn wenn es da noch irgendwelche Änderungen gibt oder wenn das Ganze dann final auch beschlossen ist, dann gibt es natürlich neue Videos hier auf diesem Kanal. Das heißt, wenn du diesen Kanal abonnierst, bist du immer top informiert als Selbstständiger, aber natürlich auch als Kleinunternehmer. Und wenn du jetzt zu dem Thema Kleinunternehmerregelung direkt schon Fragen hast, dann schreib mir doch einen Kommentar unter diesem Video und versuch dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du als Selbstständiger Unterstützung brauchst, weil du zum Beispiel ein Bankkonto brauchst, ein Buchhaltungsprogramm brauchst, ein Programm für deine Rechnungen, die E-Rechnungspflicht, die kommt, oder einen Steuerberater, dann findest du alle meine Empfehlungen unten in der Videobeschreibung oder du klickst einfach direkt einmal hier. Du kannst natürlich auch erst mal die weiteren Videos auf diesem Kanal anschauen. Da gibt es hunderte spannende Videos zu entdecken, zum Beispiel das hier oder das hier. und zum Beispiel das hier.